Ein gesundes Frühstück ist die Grundlage für einen erfolgreichen Schultag. Aber viele Kinder gehen jeden Morgen ohne Pausenbrot zur Schule. Um das zu ändern, verteilte Umweltdezernentin Rosemarie Heilig Bio-Brotboxen an die Erstklässler der Zehntgrafen Grundschule in Seckbach. Die Bio-Brotbox ist dazu da, die Eltern, die Kinder, aber auch die Schülerinnen und Schüler bzw. die Lehrer dazu zu animieren, über das Frühstück überhaupt zu sprechen. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder morgens gefrühstückt in die Schule kommen. Und diese Brotbox, die wir heute geben, da ist natürlich was drin, was biologisch erzeugt ist. Ein sehr, sehr gutes Vollkornbrot, Karotten, eine Banane, etwas zu trinken. Den Kindern wurde nicht nur die Wichtigkeit des Frühstücks vermittelt. Ihnen wurde auch gezeigt, wo das gesunde Brot und die leckeren Möhrchen überhaupt herkommen. Das kam bei den Kleinen gut an. Ich nehme jedes Jahr mit, dass die Kinder begeistert sind, dass sie sich freuen, dass wir kommen und ihnen auch erzählen, woher kommt dann das Getreide, wie entsteht eigentlich ein Brot, was ist eigentlich ein Müsli drin und dass sie ganz, ganz tollen Mitarbeitern, das haben wir hier wieder gesehen, waren sehr, sehr schöne Morgen und die Kinder waren absolut begeistert und jetzt gehen sie mit einer schönen Brotbox nach Hause. Die Kinder konnten sich dann aussuchen, was in ihre Brotbox rein soll. So konnten sie auch lernen, dass ein leckerer Pausensnack nicht nur aus Süßigkeiten bestehen muss. Und wie hat es denn jetzt eigentlich geschmeckt? Gut! Gut!